Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Es ist Sonntagmorgen und unser Workshop beginnt. Gestern waren wir raus mit unseren Kursteilnehmern feiern und wir wollten mit euch kurz über das Thema Führung sprechen. Ein total wichtiges Thema, finde ich. Ja, wir hatten gerade so eine kleine Diskussion und Susanna sagte, es fällt allen immer irgendwie sehr schwer, Führung zu übernehmen. Selbst wenn Frauen da sind, die Interesse auf einmal da, zeigen dann auch an unseren Kursteilnehmern. Trotzdem haben wir auch das Problem, Führung zu übernehmen. Ja, es sind auch so Kleinigkeiten wie beispielsweise auch in einer Diskothek, die wir gestern hatten, vor der Frau zu laufen und den Weg anzuzeigen. Es geht da eben auch um Entscheidungen treffen. Ich gehe voran und ich zeige dir, Baby, wo es lang geht. Das finden wir Frauen sehr sexy. Und einfach so zu sagen, das ist jetzt der Spot, wo wir jetzt tanzen. Such du den aus. Also sei nicht derjenige, der jetzt fragt, oh, willst du lieber hier vorne auf den Dance-Frau oder willst du lieber da hin oder guck mal da drüben, da läuft nochmal andere Musik. Nimm ihr diese Entscheidungen und trifft die einfach. Und da ist es natürlich auch gerade gut, wenn du auch zum Beispiel körperlich Führung übernimmst, indem du dann zum Beispiel einfach sagst, hey, hier, zack, schnappst dir die Hand und führst dir dann direkt an der Hand. Und das kannst du natürlich auch gut machen, wenn zum Beispiel die Tanzfläche sehr voll ist, kann das auch ein guter Vorwand sein, sozusagen die Hand zu nehmen, um erstmal überhaupt einen schon mal ganz netten Körperkontakt aufzubauen. Ja, also mir ist es so wichtig, mir ist es so ein Anliegen als Frau, das den Männern mitzugeben. Also bitte, liebe Männer, traut euch, die Führung zu übernehmen. Wir danken es euch. Alles klar. Wenn ihr was für ein Thema beizutragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dem Video ein Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt und mehr von uns sehen wollt, dann abonniert natürlich unseren Kanal. Bis dann. Ciao. Ciao.